Es ist folgendermaßen. Deine Sinne sind völlig durcheinander und arbeiten nicht mehr so, wie sie sollten. Du fragst dich, wo zur Hölle bist du? Was ist das für ein Ort, an dem du schon gefühlt dein ganzes halbes Leben abhängst? Sind dich jetzt zwei Stunden vergangen oder zwei Tage? Nicht, dass das irgendwas ändern will. Nein. Aber es ist verdammt immer wichtig zu wissen, wo du vorher warst. Und damit meine ich keine von diesen verdammten Clubs. Nein. Du musst weiter zurückgehen, denn tief in deinem Inneren weißt du, dass diese Reise in deiner Dunkelheit enden wird. Was nicht unbedingt heißt, dass sie in der Dunkelheit begonnen hat. Alles hat seinen Anfang genommen mit der Scheiße, die damit passiert ist. Untertitelung des Zoologes